Unter Patienten mit psychischen Erkrankungen gibt es mehr Raucher als im Durchschnitt, der befreitend zum Spinner wird oder ob Spinner. Einfach gerne. Ich kriege immerhin 90 Euro pro Hausbesuch. Da sitze ich ganz gerne rum und tue nichts. Unbedingt. Sie wissen, dass Alkohol und Gewicht so ein Schuss geht durch Mark und Bein, ha? Klein streckt die Hand nach dem Glas aus und hebt es an. Auf den Knall. Rock trinkt. Die würde ich gerne aufknüpfen. Nimmt einen Schluck. Das kann aber dauern. Ich schaue zweimal die Woche vorbei bei Akku. Sie haben ja bestimmt eh nichts vor. Frisch gewaschen. Das wäre schön. Sie leert ihr Glas. Klein ist Ende 30, schlank, hat braun-grüne Augen und schulterlanges Haar. Sie steht auf. Bitte schön.